Kommen wir uns bei der Vorstellung unseres neuen fantastischen Burgers zu helfen, und zwar dem mit Ketchup? Besucht uns nun mit dem Heuschen vom Himmel schwebend, Krusty der Clown! Verehrte Anwesende, hiermit erkläre ich den neuen Burger für zum Verkauf. Freigegeben! Auf! Oh Gott, steh mir bei! Das ist der Krusty-Räuber! Du meine Güte, der klaut alle Burger! Du meine kleine Krusty! Was trägt ihr ein? Warte! Oma! Nichts! Aufhören! Das ist deine studierte Vorstellung! Der Aufhören, der ist doch schon so gut wie tot! Was hab ich denn getan? Krusty der Clown, liebe Kinder! Bitte beachten Sie mein notarzt Versorgungsarmband! Jaha! Jaha! Hey, hey! Und dann nimmst du das Ende und ziehst es da durch. Und schon hast du eine Giraffe, meine Kleine. Ich bin ein Junge. Das nenne ich Einsatzfreude. Niemals aufgeben. Tja, jetzt bist du bestimmt ganz schön von den Socken Bart. Mein Dad hat es geschafft, dass Krusty der Clown persönlich zu meiner Party erscheint. Ich hab das Gefühl, ich schaffe es, dass er auch bei mir auftaucht. Da wär ich mir nicht so sicher, Bart. Mein Dad ist nämlich ein ziemlich hohes Tier in der Keksfabrik. Entschuldigung, aber es ist noch nicht halb sechs. Nein. Ja, komm! Ja, komm! Untertitelung des ZDF, 2020